Lisa Mantler verrät das Babygeschlecht. Sie bekommt bald einen kleinen Sohn. Er ist ihr erstes gemeinsames Kind mit Ehemann Jonas. Die freudige Nachricht verkünden die werdenden Eltern mit einem zuckersüßen Video ihrer Gender-Reveal-Party. Im Augenblick fasst die TikTokerin mit den liebenvollen Worten zusammen. Es ist ein Junge so aufgeregt, was für ein besonderer Moment. Wichtig ist, dass unser Kleiner gesund ist. Immer noch erstaunlich zu wissen, dass wir einen kleinen Jungen bekommen, kann es kaum erwarten. Insgeheim vermutet das Paar schon länger, dass es sich bei dem Wonneproppen nicht um ein Mädchen handelt. Die 22-Jährige behauptet, Jonas und ich haben eigentlich immer gedacht, dass es ein Junge wird, aber wir wussten es bis jetzt noch nicht. Schon jetzt träumt der zukünftige Papa von gemeinsamen Stunden auf dem Bolzplatz und lacht, die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft ist auf jeden Fall gesichert. Kommt es letztendlich nicht dazu, ist trotzdem eines glasklar für Lisa und Jonas. Sie freuen sich riesig darauf, ihren Jungen bald kennenzulernen.